Komiker Mike Krüger, 70, offenbart im RTL-Interview, dass niemand Geringeres als VIP-Chirurg Prof. Dr. Dr. Werner Mang, 72, ihn zu gerne auf seinem OB-Tisch hätte. Während der Komiker dankend ablehnt, bekundet die Supernasenkollege Thomas Gottschalk, 73, allerdings Interesse an einer Nasenkorrektur der etwas anderen Art. Den urkomischen Vorschlag des Entertainers zeigen wir im Video. 40. Jahre Die Supernasen Thomas Gottschalk und Mike Krüger haben am Freitag, 17. Juni, in Felden am Wörthersee das 40. Jubiläum der Filmreihe Die Supernasen gefeiert. Die beiden Supernasen, die in den 1980er Jahren mit der vierteiligen Reihe Erfolge feierten, verewigten bei dem Event ihre Handabdrücker und stellten das Buch Die Supernasen und ihre Filme vor. SFI Fertig 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 Vielen Dank.